So, gleich heben, drehen, während er sich dreht, da ich mich schon mal positionieren und ich senke es wieder. Helfer A hat seine Arbeit erfolgreich beendet. So, gleich beendet, sagst du. So, gleich beendet, sagst du. Dieses Feld ist nicht fertig. Falsches Gerät ausgesehen. Flug senken jetzt. Katastrophe. Er sagt, seine Arbeit ist erledigt, er hat gar nichts gearbeitet. Und da helfen die nur bestimmte Stunden lang und dann sagen sie, oh tschüss, kein Bock mehr. Brauch ich jetzt Pause. Du. 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 Das müsste passen. Vielleicht wird es schon wieder hell. Das müsste passen. Das Gerät geht auch gleich kaputt. Das müsste passen. 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 ... 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 Schauen wir oben rechts. Wir sehen, wenn das Licht angeht. Grünes Licht. Passt. Auch abgeschlossen. Der pflügt noch. Soll ich Düngen machen? Flüssig Dünger oder Mineraldünger. Das nehme ich, weil dieses Fahrzeug habe ich eh. Genau. Wie viel Prozent haben wir? Vier Prozent noch! Egal. Schafft er. Uh. Das ist eh da. Hoppla. Barsche Taste. Eins zurück. Was ist das nochmal? Ah, Seed. Okay. Ich muss einkaufen. Ich glaube das waren Packungen. Big Packs? Paletten. Flüssig Dünger. Nein, nein, nein. Das billige bitte. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Kann ich dieses Stück anzahlen? Ja. Okay. Falsches Gerät, falsches Gerät, falsches Gerät, richtiges Gerät. Wir gehen noch schnell, äh, meinen Flüssigdünger auftanken. Wir sind schon mal weiter. Wir sind schon mal weiter. Okay. So viele Lichter hat der da auch nicht. Muss man mit dem so nah ran wie nur möglich. Düngerstreu auffüllen. Das waren nur 12%? Ja, kauf, nein. Ja. Und noch einen. Das ist unglaublich wenig. Huh. Hoffentlich reicht das. Der muss noch hackern. Düngen, Feld Nummer 59. Ja, okay. Die ganze Zeit lebe ich am Existenzmenü. Nur 7200 Euro auf dem Konto. Ja, genau. Das ist so. Ja. Dagen wir, wir wollen hier. Vielen Dank. Alles was nicht mir gehört. Darauf muss ich nicht aufpassen. Darauf muss ich aufpassen. So, ich bin da. Kein Zugang zu diesem Land. Natürlich habe ich Zugang zu diesem Land. So, ich bin da. So, zwei Dremel mal da drüber und dann ist das auch erledigt. Okay, eine große Reiferte. Dann haben wir so problemlos bei der gerben Blume. Dann war ich einfach. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man sollte oben rechts und das nächste grüne Zeichen kommen. Fällt 59 abgeschlossen. Sofort ausmachen. So. Wir wollen ja nicht mein Material verschwinden. Noch einmal schneiden? Sachen? Gut, das machen wir dann nächstes Mal. Genau. Tschüss. let's adden. SINGT Untertitelung des ZDF, 2020